Hallo liebe Schachfreunde, der Webmaster hat sich hier was tolles ausgedacht. Es gibt hier ein Quiz kurz vor Weihnachten. In mehreren Stufen kriegt ihr da die entsprechenden Hinweise. Ihr könnt zum Beispiel hier unter dem Video gucken, da gibt es einen Link, wo ihr eure Lösung eingeben könnt. Die genauen Spielregeln sind da auch zu sehen. Es gibt auch ein paar Preise. Ich hoffe, dass ihr alle reichlich dabei seid und dabei viel Spaß haben werdet. Heute wird eine Schachspielerin gesucht, deren höchste historische Elo-Zahl 2535 betrug. Der zweite Hinweis ist, 1929 schaffte sie ihren größten Erfolg, schachlichen Erfolg. Bei einem Turnier blieb sie nur einen halben Punkt hinter Capablanca. Der dritte Hinweis, sie konnte 1931 den späteren Weltmeister Max Oefe, ich weiß nicht genau, wie er sich ausspricht, schlagen. Als vierten Hinweis sage ich, sie war in der damaligen Zeit die mit Abstand stärkste Spielerin. Der fünfte Hinweis lautet, sie starb bei einem V1-Angriff auf London. Sechster Hinweis, Albert Becker war das erste Mitglied in ihrem Schachklub. Ja, dann der siebte und letzte Hinweis. Gesucht ist die erste Schachweltmeisterin. Es grüßt euch. Abkwag.